Hi, mein Name ist Michael Berns. Ich stehe hier im wunderschönen Golfclub Gut Kaden und möchte einmal mit euch über Putter sprechen. Es ist ganz entscheidend, dass ihr den richtigen Putter spielt. Ich halte hier in meiner Hand einmal den Cleveland TFI 2135 Putter als klassisches Blade und einmal als Mollet Putter. Je nach Schwungbewegung solltet ihr den richtigen Putter spielen. Wie ihr seht, sind die beiden Putter in ihrer Auswuchtung unterschiedlich. Passend zu eurem Schwung müsst ihr den passenden Putter finden. Geht auf clevelandgolf.eu und sucht nach einem Händler in eurer Nähe. Dieser sollte euch auf jeden Fall fitten, damit ihr den richtigen Putter findet und mehr Bälle ins Loch gehen. Viel Spaß beim Putten!